Die Beleidigungen, die haben mich eher peripher tangiert, aber das Problem ist ja auch... Peripher tangiert haben sie die Beleidigung. Peripher tangiert haben die Beleidigung. Ich estimiere es als suboptimal, wenn man altera-linguale Synonyme iterativ abduktiert. Das man hier sagen darf. Aber man merkt, du hast schon, du hast dazugelernt. Ja, um kurz auf deine Frage einzugehen, also im Endeffekt waren das jetzt auch nicht die Beleidigungen oder diese Schimpfwörter. Im Endeffekt ging es darum, die Frau hat mir das Herz gebrochen. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ja, das ist völlig verständlich, dass man seine Alte dann brutal krankenhausreif schlägt, das ist doch klar.